Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge auf der guten alten OldStream im Nostagi-Projekt mit dem Tino, dem Freezy und dem Schweizer. Vielleicht schafft das ja diese Folge, das Fahrrad gut zu verladen. Das klingt irgendwie ein bisschen wie man ihn fühlt. Die Leute schreiben immer in die Kommentare, wie ein altes Ehepaar. Ja, guter Vergleich. Reicht langsam. Es klappt vorne und hinten nichts und man ist doch immer wieder überrascht, wie lange er das schon hält. Wie ein altes Ehepaar. Es klappt vorne und hinten nichts. Wie du hast es gehört? Ja, was denn? Das sind doch nichts. Ach, ich höre der Duder nicht mehr drauf. Das sind alle labern. Dich da rein, du dumme Sau! Oh! Ah ja. Also Mügel fehlt. Dumme, was machst du eigentlich? Ich bin ja auch am Team Locker. Da lass die Garde gleich mit dir. Wieso würden das im Stummel alter? dann hat so der abend an sich so und ernsthaft wer hat denn das schon wieder wir müssen dann noch mal unter den dünner holen ja aber die ganze dann auch beim zweiten haben wir noch problem ist halt immer dafür den weg weg nicht mehr abriss ich habe das in den büscher kommen wir nach ein paar tagen vorbei und gucken mal was er wächst damit du vorhin runter gefahren bist da hat nämlich keine straße da machst du immer noch gedanken da drüber ne ich bin nur wieder dran vorbeigefahren gerade so haben wir hier durch die dünner jetzt in kippen in irgendeiner hand oder was ja irgendwo war nicht das war warum für der bände ja man sich schaufeln natürlich ja natürlich wird immer dunkler ich raste auf ich finde ich eine gute idee wird riesig mit den förderbändern ernsthaft jetzt ja ja ich finde das müsste gut schön mit dem frontlader aufgeladen vor allem in die sehmaschine geht siebenhutern rein oder was weiß ich was willst du denn mit dem förderband wenn er das mit dem frontlader aufgeladen das macht irgendwie eine zu zweieinhalb mal und sagt ich habe keine Lust bei dass ich mit anderes mach weißt ja wenn die ja immer mit der kleinen geschichte kommt ist ja irgendwann auch nicht mehr so aber das stimmt ne du musst ja was neues einfallen lassen kein problem ich habe definitiv irgendwas gegessen was so brutal riecht in der verdauung das ist mir gerade selber kein gefallen das ist mir gerade selber kein gefallen scheiße scheiße ja heute morgen einmal auf dem portlader ich habe mich angeguckt und gesagt gehts hier gut ich weiß nicht ich würde mich nach hause schicken und er guckt mich an und sagt dann noch war das jetzt ernst auf der antwort oder ich hatte heute schon frei jetzt sein maul kann man nur frei haben naja was du hattest heute frei tino genau hattest dort frei ich sag dass du nix hast du den big pack da immer noch an ja ich bin ich habe ja dann entladen ja kann ich nicht weil er sagt hier ist kein das ist nicht dein land nur auf den den an na häng mal ab häng ab nicht drauf so jetzt ist der eigentlich abgekoppelt ja dann fahr mal zu dem anderen ja bin ich doch ne bist du nicht raus raus ne der hat trotzdem noch Kodi ey warte mal lass ich noch kurz ja der kriegt da nur die Seed unten steht nur Seed hab ich auch schon probiert hast du Licht an man natürlich sonst würde ich gar nichts sehen voll idiot doch scheiße ey so ein Klapper so ein Klapper Schraus ey da wird mir immer wieder fein leh und jetzt alter ach so vielleicht auf dem Boden hehehe unglaublich komm komm kauf du mal ey alter ja boah hör zu leiser fau 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 hallo das ist ja Party na 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 da ist das kno Snake fau fast alles rein halt doch ja das soll auf das ist었습니다 da gehen sieten 1000 rein ja das ist 12.000 gekauft der wiener sicher jetzt wir brauchen nur 7000 bürger ja natürlich natürlich nicht ja dann fährst du jetzt zweimal ja fahr ich auch zweimal aber du verlegst zweimal nee ich mache dann feldarbeit hier bei der brauchen wir nämlich auch noch leute das ist ja nicht möglich weil mit dir hier und zwar hin wie es machen doch doch ja ja kannst du vielleicht oben da die das horn da bewegen spitze wenn du dich einfach mal hinter die halle stellen und nichts sagen der auswahlung wie die junge ballerina ich bin eine junge ballerina mit 90er bizeps ich bin ein bisschen drin 6.000 loll was denn ja das denn unglaublich was hast du gemacht es gibt es im moment da denkt man das von der holzkopf aber dann hat er wieder so gefühle dass das das erleuchtet meine welt ohne scheiß das macht er doch du für mich gibst du jetzt machen wir auswählen aber herrschweizer nein wir machen wir in ansicht von dem weiß ich nichts absolut getrefft von dem weiß ich nichts können wir mal ansehen ausmachen wachstum aus und dinge gehen ja der karte ist ganz eingezeichnet so wie bei bioner ich glaube auch bei der vergieber die auch schon oder so Ja? Ja, was soll das sein? Ich mach nichts mehr für dich. Ja, wenn du mir so ein Stück labberst. Das war doch jetzt nett gemeint. Ich hab mich gefreut. Es war nicht nett. Ob ich extra für dich dieses Monsterding da drauf gemacht hätte. Ja komm, gibts noch zu. Kann mal jemand das Wachstum ausmachen? Ah, warte. Ich logge als das. So, ich fahr den Traktor mit den Siebmaschinen hoch, willst du den Dings hochfahren? Ja, bitte. Wachstum ist aus... Schau mal, jemand ist harmlos. Einen Vorteil hat was Friese mit dem Monsterlografen. Ich mach mal so ein LKW. Ja, warte, erzähl doch. Mach ja nicht immer so spannend, Mensch. Will, wie viel soll ich machen? Ich sag so einer, der mit solchen Gesprächspausen immer extrem versucht, Spannung aufzubauen und eigentlich nur die Leute nervt, weil sie ewig nicht zum Pod kommen. Mach ich ja acht Stunden, oder? Ähhh... Ja. Nee, stopp. Steht schon. Kommt da jetzt noch was Domme? Nein. Das war ja der Gag. Wäre ich nicht verstanden. Also, wie ich seid nicht verstanden. Naja, ich hab ihn ganz laut lachen hören. So, ich bin unter der Map. Ich hab ihn nicht verstanden. Aber der hatte... Er hat das doch zu Ende erzählt. Und? Ja? Ach nee hier. Gut. Ich weiß gar nicht mehr, was er erzählt hat. Ich hab nicht so was zu tun. Er hat gesagt, Friese, ein Vorteil hat das. Er fällt jetzt nicht mehr mit dem LKW rum. Ach so. Ja, okay. Das hab ich gar nicht gehört. Ach so. Ach so. Ach so. Okay, Domme, Entschuldigung. Ja, wo hast du jetzt das Sake-Wicke kippt? Unten in die Halle. Das dann neben irgendwo. Das ist so ne kleine Durchfahrhalle. Da ist links Saatgut und rechtskante links unten. Ach so. Bleib mal stehen, Manu. So. Ach 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 so. Wie viele PS hat das Ding? Also Deins. Hat doch gar nicht so viel, oder? Nein. Hast du den Blauen nicht genug? Nein, mach den Hürlimann nehmen. Hm. Warum nimmst du nicht den IHC hier? deswegen 150 bis dort ist das vorzüge noch nicht haben durch den bringen drüben ist ja noch ein feld hier vor uns bis 737 ist auch geflügt werden ja welches feld hast du ja es geht was hast du vorher für ein feld gemacht bevor du herr kamst die nummer drei so dann sehe ich schon mal warum er stimmst einmal dünner wenn ich nicht auch von jünger und er kann oben das blaue ging auch immer streuen oder ist ja Aber ich überleg gerade, dann haben wir sie auch geschaufelt. Ja, ich schaufle einfach. Kann doch vorne rechts sehen. Warte mal. Ja, die steht hier am Tor auf dem, wenn du Farmhaus rauskommst, rechts. Nö. So, aber wir sind erst mal wieder fertig geworden. Wollte ich gerade sagen. Ganz fertig gemacht. Ja, komm schon wieder durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Schaut bei den anderen beiden vorbei. Das ist in der Videobeschreibung verlinkt, wie immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.